Eine 4.50 Uhr-Zimmer-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Lauffelden-Vollmaushausen. Die Wohnung verfügt über einen Balkon und einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 118 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 905 Euro. Wohntraumimmobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017